Leute, willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal. Ich habe im letzten Video einmal hier was für alles weiter gebaut, meine ganze Gegend, meine Häuser und ich würde sagen in diesem Video werde ich einmal hier oben bei dem Haus die Decke weitermachen. Die habe ich noch nicht ganz zu Ende gebaut, ich würde sagen ich hole jetzt direkt hier mal ein bisschen Material aus meiner Kiste. Ich habe hier in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel angesammelt und ich würde sagen, ich gehe jetzt direkt einmal hier hoch und dann werde ich einmal weiter bauen. So, ich gehe jetzt direkt die Leiter mal hoch. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie der Ton ist. Jetzt, ich habe ein neues Mikro. Upsala, ob ich der Ton gefällt oder ob ich da noch das anders einstellen soll oder ja, schreibt das mal in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen, wenn ich dann Feedback bekommen würde. So. Ups. Hä, was mache ich denn da? Das ist falsch. Zack, zack, zack. Mach mal einfach jetzt hier zu Ende, damit ich, ähm, ja, auch wieder halt eine Etage höher machen kann und dann kann ich auch mal mit dem Balkon wieder beginnen. So, zack, 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 zack. Ups. Jetzt habe ich zu viel gemacht. Ich glaube, es ist sogar an... Ups. Ups. Uuuh. Uuh. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Das war... Leute, das war knapp. Weil ich habe so viel im Inventar drin, das wäre so schade, wenn ich das alles verlieren würde. Bist du, was ich meine? Das, ähm, ja, ist nicht so gerade so vorteilhaft, würde ich mal so sagen. Ich gehe aber jetzt hier nochmal kurz hoch und dann, ähm, ja. Wo kann ich jetzt hier hochgehen? Ich habe gar keine Leiter reingemacht. Dann nehme ich, glaube ich, die Treppe. Ja, ich meine, ich habe keine Treppe und nehme ich halt die Leiter. So. Zack. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht fange ich auch direkt an mit der Decke. Die könnte ich vielleicht auch direkt mal anfangen. Ja, dann machen wir das doch auch schon mal, die Decke. Obwohl, ne, ja, ich fange... Mach doch lieber... Ne, ich mache doch nicht die Decke. Ich mache doch lieber erst mal hier die Seite. Zack, 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 zack. Okay, super. Das funktioniert ja schon mal sehr gut. Ich muss jetzt schauen, wie viel habe ich eigentlich noch? Ach, es geht eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, vielleicht kann ich das auch irgendwie... Ich möchte das irgendwie schneller machen. Geht das nicht irgendwie schneller noch? Nehme ich vielleicht... Vielleicht, wenn ich das so mache. Na, es bringt auch nicht viel, oder? Naja, es bringt eigentlich auch nichts. Keine Ahnung, ob das jetzt schneller war oder nicht. Ist es jetzt schneller? Ist eigentlich kein Unterschied. Keine Ahnung, Leute. Ich mache es einfach jetzt so weiter. Ähm, Hauptsache, die Etage wird bald fertig. Ist ja auch nicht mehr so viel jetzt, sehe ich gerade. Ah, aber wenn ich aber... Warte, lass mal schauen. Geht das vielleicht? Bin ich jetzt... Ne, das ist immer noch. Also, ich mache am besten... Das probiere ich jetzt mal aus. Ich mache immer hier zwei Etagen und dann kann ich das vielleicht... Vielleicht ist das dann schneller. Weil dann kann ich das von oben... Dann muss ich nicht mal hier runter springen. Wenn wir das mal... Vielleicht ist das so ein... Vielleicht geht das jetzt schneller oder mal gucken. Zack, 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 zack. Nehmen wir das mal aus. So, oh. Okay. Dann gehen wir hier mal zurück. Vielleicht... Kann man jetzt von oben das direkt bauen. Ja, doch... Oh, nein. Das wollte ich natürlich nicht. Ähm. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ohne... So. Okay. Ja, so kann ich das auch bauen. So geht es, glaube ich, schneller. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ups. Okay, dann mache ich jetzt hier wieder. Ähm, jeweils zwei, äh... Ja, zweimal hoch. Zack. Und hier auch. Dann sind wir... Oh, das wollte ich natürlich nicht. Äh, dann sind wir auch gleich jetzt fertig mit dem... Bauprojekt. Also von dem... Von der neuen Etage. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ob ich das jetzt noch eine Etage höher mache. Ich denke mal eher nicht. Aber das... Wie mich da ist, ich darauf festlegen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwo machen werde oder so. Jetzt werde ich, glaube ich, erst mal weitermachen mit der Decke. Oder so, mal schauen. Ähm. Ja, dann machen wir schon mal die Decke. Fangen wir damit schon mal an. So. So. Ah, warte. Das ist doch falsch. Das bauen wir doch eh nicht. Das kann ich abbauen. So. Ja. Ich glaube, das ist so richtig dann. Ich müsste mal wieder zu meiner Kiste gehen. Ich würde sagen, ich hole jetzt... Pfff. Ich mache einfach mal irgendwie ein Takenbett voll. Oder? Mit dem Stein. Ich gehe mal kurz zurück. Und... Weil ich will halt nicht immer hier hinlaufen und dann... ...erholen. Deswegen... Es wäre vielleicht schlauer, das... ...auf einmal mehr zu nehmen. Ich mache das halt nicht, falls ich da irgendwas runterfliege oder so, dass ich das nicht alles verliere. Aber... Ähm. Joa. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal runter. Und... Ja, ich glaube, das nehme ich jetzt alles mal. Ich nehme jetzt, glaube ich, eins, zwei, drei, vier. So, das reicht. Denke ich mal, oder? Ich denke mal schon, das wird reichen. Balkon müsste ich auch irgendwann mal machen. Ähm. Jetzt aber nicht. Erstmal mache ich das Haus fertig. Oben. Also die nächste Etage. Ähm. Joa. So. Jetzt sind wir wieder oben. Okay. Ups. 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 Das funktioniert doch jetzt super. Ist ein bisschen eintönig, die Arbeit, aber dafür ist es auch effizient und geht schneller. Zack. Gleich sind wir fertig mit dem einen. Sag mal fast. Licht muss ich auch mal ein bisschen nachholen. Habe ich, glaube ich, aber noch was in der Kiste. In irgendwelcher Kiste. Ich glaube, in den ersten so. Keine Ahnung. Das müssen wir jetzt aber nicht jetzt machen. Erstmal baue ich hier weiter. So. Super. Licht kann auch hier direkt hin. Okay. Ähm. Ja, ich gehe direkt mal ein bisschen mal zurück. Zu der Kiste. So. Hol ich nochmal ein bisschen was. Zack, zack, zack. Nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja hier, äh, sechs Stück. Reicht das? Ja, ich wohl lieber. So. Sicher ist sicher. Ich habe ja auch noch ganz viel Kohle in dem, ganz viel, also diese Kohle, die ich halt gefunden habe, überall in den Kisten. Deswegen, falls ich die Fackeln verliere, dann kann ich immer noch neue herstellen. Deswegen ist es kein Problem, wenn ich hier verlieren würde, weil ich habe, glaube ich, bestimmt drei, viermal, vierundsechzigmal Kohle. Also, es reicht. Auf jeden Fall. Die finde ich eigentlich überall ständig, deswegen ist es nicht so problematisch. Ich baue jetzt schon so hier sehr viele. Ich leuchte das immer sehr aus, weil, ja, warum nicht? So. Und das, nee. So, perfekt. Jetzt ist alles schön hell. Was würde ich sagen, kann ich direkt mal weitermachen mit, ähm, ja, mit der Decke. Fangen wir mal direkt, machen wir direkt mal weiter. Ups. Zack, 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 zack. So. Dann machen wir mal hier weiter. Womit ist hier eigentlich offen? Hä? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum hier offen ist. Bauen wir es auf jeden Fall hier schon mal zu. Das muss kurz abgebaut werden wieder. Zwischendurch passieren mir halt immer hier ein paar Fehler, aber ist ja nicht so schlimm. Kann ich ja wieder weg machen. So. Genauso wie jetzt zweimal passiert ist. Und zack. Okay. Dann hier wieder. Okay. Dann hier wieder. Okay. Ich würde sagen, ähm, ich baue jetzt hier noch ein paar rein und dann, ja, ähm, soll ich eigentlich, ähm, was für Häuser soll ich eigentlich noch so bauen? Ich würde sagen, ich baue vielleicht noch so auch mehr kleinere Häuser, vielleicht so Ställe, so Tierställe oder auch so, keine Ahnung, generell halt so verschiedene öffentliche Gebäude oder sowas vielleicht. Oder so Krankenhaus oder so eine Post oder ein Spielplatz, sowas vielleicht könnte ich mal bauen, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Habt ihr darauf Lust oder, oder vielleicht mal so ein Brunnen, also so eine richtige Gegend praktisch. Ähm, ja. So, ich werde erst mal das jetzt hier kurz zu Ende machen. Schon mal ein bisschen weiter bauen. So. Ups. Ups. Zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen. Dann sind wir gleich fertig. Fast fertig. Also ist ja eigentlich, ne, eigentlich noch sehr viel. Ich bilde mir da so ein. Ja, sind fast fertig, aber in Wirklichkeit sind wir noch so, ist es noch so weit, das ist, aber ist okay. Wir haben mehr Zeit. So, zack, 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 zack. Und hier noch ein bisschen. So, hier auch noch. Leute, ich glaube, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.